Samstagmorgens läuft das Team von Metzgermeister auf Hochtouren. Schneiden, wiegen, etikettieren im Akkord, da muss jeder Handgriff sitzen. Und die Technik funktionieren. Genau jetzt streicht die PC-Wage. Die Etiketten sind kaum noch lesbar. Herr Meister ruft sofort bei der Bizerver Service-Nummer an. Per Fernzugriff greift der Servicemitarbeiter auf die Waage zu. Es wird klar, die Software der Waage ist in Ordnung. Es muss etwas an der Hardware-Defekt sein. Klarer Fall für einen Bizerver-Service-Spezialisten. Aus über 1000 Experten rund um den Globus wird der richtige Ansprechpartner ausgewählt. In diesem Fall Herr Groß. Der kennt sich aus, ist verfügbar und ganz in der Nähe. Die Metzgerei kennt er bereits seit der Installation der Waagen. Herr Groß weiß schon vor dem Einsatz, worum es geht und meldet sich direkt in der Metzgerei. Wann genau er die Waage repariert, entscheidet Herr Meister als Kunde. Gerade zum Beispiel ist daran nicht zu denken. Pünktlich zum vereinbarten Termin prüft der Servicemitarbeiter die Waage. Diagnose? Verschleiß der Thermoleiste. Eine neue Leiste hat Herr Groß in seinem Fahrzeug. Eines von 20.000 Original-Bizerver- Ersatzteilen, die im globalen Servicecenter verfügbar sind. Ruckzuck tauscht er sie aus. Die Etiketten werden wieder sauber gedruckt. Der nächste Ansturm kann also kommen. Und übrigens, Bizerver gibt defekten, aber hochwertigen Teilen eine zweite Chance. Sie werden im Global Repair Center repariert. Gut für die Umwelt und gut für den Kunden, denn der zahlt weniger. Oder er lässt es gar nicht erst zu einem Ausfall kommen. Mit einem Bizerver-Servicevertrag werden die Geräte regelmäßig von einem Profi gewartet. Durch die richtigen Pflege- und Reinigungsprodukte schützt er seine Geräte zusätzlich vor Verschleiß. Und sollte unerwartet doch mal etwas schief gehen, dann weiß der Kunde, auf wen er sich verlassen kann. Bizerver-Service. Von der Beratung bis zur Bereitschaft. Genau abgestimmt auf Ihre Anforderungen.